Oh, der Kanal! Oh, die Geisel! Oh, wir spielen Angriff! Oh, der Van kann immer noch nicht einparken. Achso, ich hab mal nachgeguckt in der Roadmap. Die nächste Map, die überarbeitet wird, ist Kaffee. Und danach Kanal. Und danach kriegen wir eine neue Map. Also wir kriegen erst wieder Richtung Ende des Jahres eine neue Map. Kaffee? Ja, Kaffee wird völlig überarbeitet. Da wirst du oben den Barbereich viel besser verteidigen können. Ähm... Ja, ich weiß aber manchmal ehrlich gesagt nicht. Gunnar und ich haben heute beschlossen, wir machen mal ein größeres Video zusammen. Kein Gameplay-Video im eigentlichen Sinne. Sondern eigentlich mal so, was hätte Rainbow Six Siege mal sein können. Also wir haben heute Videos gesehen von früheren Entwicklungsstadiums, teilweise noch Alpha- und Beta-Stadium. Und das war teilweise leider geiler, als das wir jetzt haben. Tja... Damit meine ich noch nicht mal den Gameplay-Trailer. Der war übrigens bombastisch, ne? Ich rede jetzt... Wir reden jetzt wirklich von Sachen, zum Beispiel, dass es hier früher mal echte Türen gab. Und du konntest du dann verbarrikadieren, indem du Gegenstände dazwischen gesteckt hast... Türen reinklemmen... Ja... Und das ist so cooler Scheiß, also... Dann haben wir dasselbe Video gesehen. Jetzt hab ich mich auch gesehen, das Video. Ja... Aber wir haben auch noch ganz andere Ideen. Also... Das ist übrigens hier Party-Office. Noch 5 Sekunden. Jetzt haben wir noch ganz andere Sachen... Andere Ideen. Also da könnte man tatsächlich... Könnte man da sehr viel dros im Spiel hier machen. Ohne jetzt... Also vor allem mit Sachen, die da sind. Also... Jetzt nicht, dass man das ganze Spiel noch umprogrammieren müsste, Sondern... Viele Sachen gibt's halt schon... Die Wien war als der Änderung zum Teil, ja. Ströme hab ich schon mal 2 weggeholt, zum Flur hin. Okay... Hier der Raum ist klar. Ich hab die aufgelassen. Rechts um die Ecke steht er. Direkt am Durchgang rechts. Jetzt nicht mehr. Ist ja... Hier ist nicht alles... Hier ist nicht alles verstromt. Das ist schon mal sehr schön. Warte, ich mach dir aber ein Guckloch in den Objective. Warte mal. Achtung. Ach shit. Seh... Jetzt... Jetzt... Jetzt sehe ich die Kamera. In dem kleinen Raum. In dem Fußballraum da, in dem kleinen... Ist... Okay ist der... Jetzt... Jetzt sehe ich die Kamera. In dem kleinen Raum. Ist... ...Vision. So, mehr Glück als Verstand hier, der Religion. Ich hab doch gesagt, in dem kleinen Raum... Ja, ja, ich weiß. Aber ich dachte, du wärst noch da. Ich hab nicht gesehen, dass du gestorben bist. Achso, nee, nee. Ich dachte, das war einfach nur eine Info. Weißt du, ich hab das gestern nicht mitgekriegt. Hätte ich wie Marc hier sagen müssen. Oh. Dann jetzt ist es gewusst. Einfach so, fick dich doch. Alles klar! Er macht einen Gloss-Ton. Ach ja, lustig. Ja, also, man kann das schon... Man kann das... Man sieht bei Marc so ein Leidenslevel mit Rainbow Six. Am Anfang kam nur so... Hm. Später kam... Ah. Danach kam... Och. Und jetzt so noch, ah, fick dich doch. Du merkst richtig, wie es immer schlimmer wird mit der Zeit. Hahaha. Hahaha. Mag, wenn du das siehst. Ist nicht böse gemeint. Kann ich auch, guck mal her. Hahaha, guckste, wa? Hab ich nicht gesehen. Ja, selber schuld. Hast du das Spektakel deines Lebens verpasst? Das glaub ich nicht. Schön, wie jetzt die zwei Affen nur rumstehen. Oder machen die jetzt auch was? Soll mal höre ich Bewegung hinter mir. Ach, fuhr. Standort der Geisel in Gefahr. Angriff steht direkt bevor. Bleiben 10 Sekunden. Fick dich, Drohne. Noch 5 Sekunden. Ich bin zur Drohne hingelaufen und hab die erschossen. Äh, erschlagen. Die erschossen. 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 Erschossen wäre cool. Boah, ich bin die Drohne zerstört. Ich bin so geil. Ich bin übrigens im anderen Gebäude im Keller, damit ihr Bescheid wisst, ne? Okay. Ich werde... Ich werde hier ganz bestimmt alle weg holen. Jo. Schau. Unten. Beim Boot sind sie, glaub ich. Ich hab grad ne Kamera weggeholt, ich glaub bei den Booten unten im Flur. Oh gut, ich bin hier unten. Ich weiß es nicht genau. Ich bin hier unten, glaube ich. Also, ich bin hier unten. Ich bin hier unten. Alles, was mir jetzt hier unten im Lage ist. Und das ist so geil. Und das ist so geil. Welche, ich bin hier unten im Flur. Das ist so gut. Okay, ich bin hier unten. Von mir der andere, der hat geklaut. Ich hab zwar kein Gadget-Kill, aber ich hab mir jetzt nen Kill. Hier kommt ne Drohe. Von mir. Ja, da ist Fenster auf. Oh, der Sack. Scheiße. Beide oben draußen am Fenster. Auf dem Vordach. Oh, einer da geradezu und einer Rechtssiegel. Ach, ist ja unserer. Ich wundere mich schon, wo man hier umfällt. Hier das Vordach, wo ich hier bin, oder? Ne, ne, das andere. Andere, ja. Ostseite. Hier kommt die Drohne. Sofort verlassen. Du wurdest sicher getrunken. Nur noch ein Gegner übrig. Ich bin oben auf dem Dach. Ich hab ihn grade Haken gehören. Aber er hat sofort wieder abgebrochen. Okay. Gadget-Kill. So bunt wie er ist, schreit er ja auch. Erschieß mich. Ja, ich hab den Blitz, den hab ich schon gedowned gehabt. Aber ich hab den dummerweise, weil hinter mir war ein anderer von uns. Ich dachte, er holt mir den weg. Und deswegen hab ich den für den Shotgun gekillt, weil meine Pistole alle war. Ich wollte nicht warten, damit er den Kill klaut. Jetzt hab ich nur einen Gadget-Kill. Jetzt fehlen mir noch zwei. Arschloch. Ja, find ich auch. Aber ich hab jetzt diesen coolen Maverick-Skin. Von dem hab ich nachts schon geträumt, weil der so cool ist. Ist mir nur neun Kopfschisse, Mann. Ihr müsst die Geisel lokalisieren. Okay, Kartenraum sind sie nicht. Wir sind ja so beim Papiroli-Frost rum, aber ich weiß nicht, ob das das heißt. Jaja, hier, wo sie eben waren. Na, Party-Office? Okay. Der wollte's wissen, ne? Der wollte's wissen. Nein, meine Drohne! Schnell! Ich glaub, der über den Flur ist schon gar nicht so verkehrt. Ich lade nach! Ich muss kurz nachladen. Ich lade nach! Drohne aktiviert! Okay, im Gang ist da einer. Boah! Boah! Im Raum ist keiner, nur auf dem Gang, oder wie? Ja, irgendwo... Ich weiß nicht, ob der im Raum ist. Aber im Gang wurde auf jeden Fall meine Drohne sofort weggeholt. Ja, im Gang ist der. Kopfschuss hat nicht gereicht, schade. Ich schmeiß auch so schnell weg. Also der Blub und der Void sind die einzelnen zwei, die da was reißen. Okay, hab nichts zu dachten. Ja, guck, ich hätte aber einen Kill gemacht, ne? Also... Eigener Druck getötet. Für den zweiten kommt ja nix. Äh... Naja. Da kannst du Leuten in den Kopf schießen und das Bereich reicht einfach nicht. Das ist so ätzend sowas. Egal. Wo sind wir jetzt? Küstenwachenbüro? Wo die waren, ist das das gleiche? Ist das das Küstenwachenbüro? Ja, kann sein. Ja, das ist das. Ja, ja, das ist das. Ja. Das sind mal dabei. Das ist prima. Oh, Frost-Elite. Uh, guck dich an. Guck dir jetzt geil vor, oder was? Das ist Jägerin. Sollst du das sagen, das ist die Freundin von Jäger? Die Leute sind auch so dumm, dass die immer vor einem hineinlaufen, statt hinter einem, ne? Wenn man schon zielt in der Richtung. Es bleiben 10 Sekunden. Es bleiben 5 Sekunden. Die Position der Geisel ist sicher. Die Wand ist verstärkt. Okay, mal gucken. stacheldraht wird eingesetzt. Kein Schwein am Objective Ich bin unterm Objective Ah fuck, Küche ist noch einer Ich bin mal einen gekriegt, scheiße Weil ja auch drei Schüsse brauchen mit der Schrotflinte, ne? Scheiße, Nachladezeit, so lange dauert Aber ich habe Blitze aus dem Spiel genommen Ich sledge, ich sledge Noch Monty und Ash, also ist eigentlich nur noch Ash gefährlich Ja, ich glaube, Ash ist, glaube ich, oben Monty ist bei Rook Oh Gott, Monty töte Rook Auf den Flur kommt Monty Ich bleib mal hier Ist noch ein Ping Treppe hoch ist Treppe von den Booten hoch ist Ash Ist jetzt unten am Flur, am Ping Geht wieder ein bisschen hoch, ist oben am Absatz Bisschen hoch Interrogation Haupteingang ist Monty ist in Hauptsicht Geht zurück in Gang Boah, fuck Was macht denn der Rook da immer, ey? Das ist so krass, wie schnell der die Leute wegholt Ja Was da war, äh, da meinst du Montagne Äh, mein ich ja, jaja Der hat den anderen Freund auch schon so weggeholt, ey Gegner eliminiert, Mission erfolgreich Why is not Cavera nerfed? Weil ich geiler bin als du, ist das ein Problem für dich? Weil es nicht nötig ist Besonders, weil ich Cavera überhaupt nicht gegen ihn verwendet hab, ich hab ihn einfach gekillt Quality Ping Difference, natürlich Also als er dich und auch vorhin, als er den Rook weggeholt hat, wie schnell der wieder aus dem Vollschild Gemessert hat? Das ist sehr schnell, ja Das ist, keine Ahnung, wie die das machen, ne? Ah, ich hab die Gadgetkills fertig, das ist schon mal etwas Kopfschüsse kamen da keine dazu Ich hab nen Pack Vielleicht ist das auch nur der Modus, wo du die Taste gedrückt halten musst, um den Schild auszufahren Das kann man doch irgendwie umstellen, oder? Wie man das will Wenn du dann die Taste loslässt und sofort die Messertaste drückst, dass es dann so schnell geht Und wenn du die, diesen eingelockten Schildhochmodus hast, dass es dann nicht so schnell geht Das könnte ich mir höchstens vorstellen Das müsste man mal im Custom Match mal ausprobieren Das Blau ist Scorpius für Jäger Ja, das war nicht so geil Geht so, aber